Ich bin schon stolz auf das, was ich jetzt auch schon in meiner Karriere erreicht habe. Das ist klar. Ich habe auch Kontakt gehabt zu Sepp Mayer. Wir haben miteinander geschrieben und da bin ich natürlich auch froh, dass ich im Moment genau die gleiche Anzahl an Länderspielen habe wie Sepp Mayer. Und das ist für mich eine Torwartlegende für den deutschen Fußball. Und das wird einem dann, glaube ich, auch erst selber als aktiver Spieler so ein bisschen bewusst. Aber dennoch denke ich natürlich jetzt nicht darüber nach, wie viele Spiele ich noch machen werde, sondern möchte einfach das jetzt genießen und auch meine totale Leidenschaft weiter in den Fußball zu stecken, meine Leistung abzurufen, der Mannschaft zu helfen. Das ist für mich das Wichtigste.